Alle Trophäen will ich jetzt hier allerdings nicht sammeln. Das ist mir zu blöde. So, einmal rüber und runter. Jetzt könnte ich... Normalerweise hier wieder hoch, ne? Und noch einen nach oben hätte ich gemusst. Ja. Ach, ne, Jay. Ein nach oben noch. Jetzt noch einmal nach oben. So. Und schwupps. Du schaust, dass man nichts sieht. Das bringt noch nichts. Halt, kannst du dich da nochmal dran festhalten, ja, ne? So, hierfür brauchen wir zum Beispiel schon mal den... Ich habe den Maulwurf gelesen, der Mauerlauf, ja. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt kann ich nach hinten. Da ist noch ein Knopf. So, der macht jetzt da vorne, jetzt kann ich... Ah, jetzt müsste ich eigentlich an die Dings drankommen. So, das mache ich jetzt in dieser Aufnahme noch und dann muss ich wirklich pausieren. Ich habe gedacht, es geht schneller. Halbe Stunde jetzt schon aufgenommen und kaum was geschafft hier. Unten ist auch noch kein Wasser drin, ne? Geh nochmal hoch. Wollen wir schon sanfter runtergehen. Schwupps. So, bei der 2, da komme ich doch noch gar nicht hoch, oder? Nee, bringt nix. Hm? So, hoch, hoch, rechts. Und nochmal hoch. Nicht vergessen, ne? So, schwupps. Jetzt müsste man eigentlich an die Rohrzange kommen. So, dran festhalten. So, und jetzt da drauf. Da ist noch ein Elefant. Den könnte man einsammeln, aber da bin ich jetzt überhaupt nicht scharf drauf. So, er kann ran werden, um alles zu kriegen, sondern einfach nur mal... Ich dachte, es wäre weg. Tja, und jetzt liegt es hier oben. Sondern halt ein einfaches, normales, schönes Durchspielen. Bam, bam, bam. So, noch einmal schnell in den Garten. Das mache ich jetzt noch. Vielleicht lasse ich das dann so aussehen, dass ich... ...gar keine Pause gemacht hätte. Je nachdem, wie der Speicherpunkt gleich gesetzt wird. So, Madame. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht hier irgendwas vergessen. Was machst du denn hier draußen? Der war doch eben noch drin, ne? Und zieh! So. So, schön, überall Wasser an. So, wenn jetzt ein Speicherpunkt kommt, dann sage ich mal, bis gleich. Endlich. Jetzt aber schnell unter die Dusche. Bis gleich. Ja, was ich jetzt allerdings vergessen habe, wenn ich das Spiel einfach mal beende, dass da mal auch das ganze Zwischenspeichern auch nichts gebracht hat. Aber was soll's. Jetzt habe ich mal eben fix alles nachgespielt. Das hat keine zehn Minuten gedauert, wenn überhaupt. Äh. Ja, selbst das im Trainingsraum, das hat ruckzuck funktioniert und ich wollte Wasser mitnehmen. So. Gefunden. Einmal mit Wasser. War los. Unglaublich. So, den Eimer, dann kriegen wir noch den Speer, so war das, ne? Dann können wir wieder hier in den Garten gehen. Oder? Müssen wir da noch nicht hin? Bauen wir noch... Noch was. Da war ja noch dieser Raum mit diesen Gerüsten. Ah, mal gucken. Auf jeden Fall lass mal den Speer holen jetzt. So, dann benutzt mal. Ich hoffe, dass Winston das Feuer heute Abend wieder in Gang bringt. Watsch, so. Ah, ja. Ah, ja. Eine Insel. So, jetzt haben wir hier... Nein. Doch. Ein Zierpfeil. Aber warte mal, ich gehe jetzt erstmal in diesen Raum da rein. Hier war das gewesen, ne? Die Kamera auch immer wieder von vorne gezeigt werden muss, wenn man da in diese Richtung laufen muss. So, war es hier? War es hier? War es hier? Guck mal, gucke mal. Da kann man schon schießen. Kann ich die schon ziehen? Ich glaube, die musste hier irgendwo hin. Oh, mal gucken. Ja, doch, hier muss man rein, ansonsten kommt man nicht weit. So, runter und ruf springen. Du bist eine alte Pute immer noch. Oh, es kommt runter. Ist das da erst vielleicht weg? Ist das da erst vielleicht weg? Ah, ne, jetzt habe ich ja hinten abgeschossen. Das ist doch viel zu hoch. Das ist doch viel zu hoch. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch runter, nicht hoch. So, und jetzt springen. So, und jetzt springen wir doch da mal drauf. Oder war hier noch irgendwo eine Kiste? Dann muss ich das runterschieben, ne? Ach, Mann. Irgendwie war doch so was. Frage ist nur, wie ich da jetzt noch hochkomme. Da nicht. Ah, hier sind Kisten. Dann. Ui, das war knapp. Ich wollte schon wieder losmeckern. So, da komme ich nicht hoch. Da geht's runter. Sehr schön, sehr schön. Dann muss ich... Kann ich mich da festhalten hinter mir? Tatsächlich. So, jetzt auch mal nach hinten. Pock, und unten. Komisch. So, und noch mal, was so schön ist. Jetzt muss ich nur gucken. Ich gehe jetzt erst mal über den Speer lang. War das jetzt hier wichtig? Oder war das einfach nur... Na, komm. Stimmt, ich muss hier das X irgendwie machen, ne? So. Komm, ey, ja. So, einmal so. Ist das gut? Ist gut. So, kann ich abschießen. Was haben wir da? Achso, da geht jetzt das Ding auf. Muss ich nur mal gucken, ob das jetzt nur für ein Secret war. wenn man die da wieder wegdreht. Äh. Ist das so schwer? Das geht gar nicht weiter. Wieso geht das nicht weiter? Oh, komisch. Oh, mal gucken. Können wir zwei nicht vorstellen, dass es so war. Pock. Ja, dann war es vielleicht auf der anderen Seite oder so. Wo, 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 wo? Ich wünschte, das wäre nicht nötig gewesen. Es gibt Medipack. Ganz ruhig. Ähm. Darüber springen kann ich ja nicht. Das bringt auch alles nix. Ja, gut. Dann nochmal zurück. Oh, Huck. Ey. Endlich mal was, was auf Anhieb funktioniert. Das hat auch richtig gepasst. Sehr schön. Ähm, 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 ähm. So, und hier kann ich jetzt die Kiste runterschieben. Muss ich da tatsächlich erst drauf springen? Ich dachte, das ist total vergessen. Schmeiß die Kugel runter. Soll ich die Kugel runterschmeißen. Danke. Und schon ist die andere Seite offen. Gibt's hier auch noch was? Und der dritte ist da irgendwo da oben. Nur, wie kann ich da jetzt hin? Da unten lang, ne? Kann ich da eigentlich rüber springen? Ja, und runterfliegen. Ah, der war noch zu steil. So, 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 so. Ne, da geht's noch. Das ist eine doofe Kameraeinstellung. Geht das so? Sehr schön. So, das kann ich ja nur auf gut Glück, wollte ich beinahe sagen. Aber es geht doch. Da hin, da. Ich fürchte, ich muss eine neue Statue bestellen. Nein! Oh. Geh mal runter. Arschbombe! So, hier ist noch der Bogen, den wir brauchen. Damit kann man jetzt auch noch rausgehen. So, irgendwo war da bestimmt ein Secret, so wie hier. Und ein Hübel. Ja, Mann, gut, dass da die Luft angehalten wird, beziehungsweise angehalten. Boah. Da hinten ist noch ein Secret, aber... Könnte ich ja irgendwann mal alleine machen. Das würde sonst dann viel zu lange dauern. So, da le do da le. Und ab in den Garten. Sperr haben wir, Bogen haben wir. Ich hoffe, dass man dann auch gleich einen Hebel ziehen kann. Da müsste es ja irgendwann diese Musikrolle geben und da müssen wir auch schon fast durch sein. Sollte dann auch reichen. Höka! Guck mal, der Brunnen, der läuft auch. Sehr schön. Also gleich müsste er eine ganz andere Zeit stehen, als weil ich... als ich jetzt aufgenommen habe. Auf jeden Fall. So. Gibt es da... Nein. Sag doch mal ja. Und auf der anderen Seite den Bogen. Äh, den Pfeil. Steht da ja auch. Und im Kreis. So, und jetzt den Hübel. Den Hübel? Hübel? Kann ich den Hübel noch nicht benutzen? Warum nicht? Fehlt hier noch was? Können wir uns gar nicht vorstellen. So, jetzt vergessen ja. Ich kann den nicht benutzen. Warum kann ich den nicht benutzen? Ich hab doch alles gemacht, oder nicht? Da ist der Greifhaken, Tag und Buch. Was soll ich denn jetzt vergessen haben? Ich würd's auch nicht unbedingt nachgucken, ne? Aber... ist schon komisch. Ich hab doch alles gemacht. Das Wasser läuft. mir fehlt auch spontan nix ein. Halte Klamotten kannst du auch nicht anhaben. So, Wasser ist gelöscht. Feuer ist gelöscht. Da geht's nicht raus. Hier auch nicht. Ach. Hier war ja noch so ein Dings gewesen. Hier so ein Zahnrad. Boah, die ist denn das nochmal? Das hab ich ihm beim beim Nachspielen gar nicht mit eingesammelt. Skulpturgetriebe. Wo das wohl hingehört? Bestimmt in den Garten. Ansonsten müsste ich jetzt wirklich nicht weiter. Huck! Wo ist eigentlich der alte Winston? Bing, bang, bong, bong. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, wer will das haben? Skulpturgetriebe. Ist das irgendwo dahinter gehört oder so? Den Fuzzis da einsetzen? Das geht bestimmt nicht. Oder direkt hier vorne an dem Dings. Nö. Nö. Hier auch nicht. da nicht. Die wollen mich für dumm verkaufen hier. Wo gehört das Ding hin? Das ist ja schon bald peinlich, ey. Oder war im Labyrinth noch irgendwo was? Warte mal, von von da hinten. Das kann nicht. Ich weiß es absolut nicht mehr. Hier war so ein Secret gewesen, Elefant oder so was, ne Art. Hm. Er will auch nichts haben. Das gibt's auch nicht. Ich glaube, ich muss doch nachgucken. das ist doof. Jetzt sag nichts Falsches hier. So, jetzt bin ich nochmal wieder zurück. Ich hätte einfach nur mit dem Greifhaken da was aufmachen sollen. Ach, Mann. Ich muss aber wieder einen Weg zurückfinden. Müsste hier gewesen sein. bom, 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 bom. Ja, hier ist der Jesus. So war es hier lang? Ich glaube nicht. So, hier läuft Wasser. Huiuiuiuiuiui. Hä? Ein Weg muss doch hier richtig sein. Oh Gott, ich sag's doch. Oh Gott, ich sag's doch. Na, hier war der Elefant. Jetzt müsste er vorne jetzt, jetzt rechts. Ja. So, und ich soll jetzt wirklich einfach nur leck mich am Arsch. Tja, so einfach kann's gehen, ne? Ah, so. Und los geht der Spektakel. Das ist ja herrlich grauenhaft. Aber sowas von. Und da haben wir jetzt die Musikrolle. Das, was wir jetzt noch brauchten. Musikboxzylinder. Jo. Langsam komm ich voran. Und gleich sind wir durch. Machst dir keinen Begriff? Hat auch nicht lang gedauert. Was ich das war. Das regt mich auf, du. Haja, aber was soll's. Auf jeden Fall schön, dass ich's überhaupt geschafft hab. So, jetzt müsste ich oben die Tür hinten links, ne? Also jetzt von hier aus gesehen. Da hinten. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es mal. Na, 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 sieht gut aus. Irgendetwas fehlt. Ja, das hat sie vorhin auch schon gesagt, aber ich hätte ja neu spielen müssen und da war ich nicht hier gewesen. So. eine schöne Melodie. Ja, dann gehen wir mal raus und dann ja, 28 Minuten alleine. Jetzt hab ich schon wieder 21 Minuten aufgenommen. Artefakte 3 von 8. Also gab's da noch einige zum Beispiel da im Trainingsraum und ach, was lass ich wo noch alles. Vielleicht suche ich die auch nochmal hier auf dem PC. Auf PS3 da hab ich alle gefunden. So, freigeschaltet, erneut Spiel, Musik und Kommentare. So, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Gibt's hier auch noch was? Das kenne ich glaube ich noch gar nicht. Oder? Doch. Machst du auch eine Melodie? Ne. Egal ob jetzt die langen Seiten oder die kurzen Seiten, das ist alles gleich. Was haben wir denn hier noch? Ey, das kann man hier abspielen, das ist ja cool. DJ Lara, was haben wir hier? Also, in den Raum kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Aber nun gut, jetzt sind wir hier durch, ne? Oder vielleicht gibt's ja diesen Raum auch nur hier auf der PC Version. Ich weiß es nicht. Aber wie dem auch sei, dann gehe ich mal hier auf Beenden. Jo, Spiel wirklich beenden, ja. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal starten wir mal los mit den eigentlichen Spielen. ne? Kurft man da jetzt zwei, drei Folgen? Ich weiß es nicht. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, nächste Folge geht's los mit dem ersten Level.